Über die beliebten Pedelec-Panorama-Tour gibt Norbert Wagner aus Elm bei Schlüchtern den E-Bike-Interessenten die Möglichkeit, ihr E-Bike im Vorfeld kennenzulernen. Und das nicht nur in seinem Laden oder vor seinem Laden, sondern auch auf einer speziellen Tour. Er nennt sie Pedelec-Panorama-Tour. Und heute sind sie angereist, die Interessenten Jurene, Gerlinde, Ralf und Paul. Und sie freuen sich auf die vorbestellte Tour mit Norbert Wagner auf ihrem E-Bike, das sie jetzt eventuell kaufen oder auch kennenlernen können. Sie fahren los mit vier verschiedenen E-Bikes, sodass die Gruppe während der Fahrt die Räder untereinander auftauschen kann. Und so kann man die Vielseitigkeit von verschiedenen E-Bikes hervorragend kennenlernen. Und man sieht, es macht unheimlich Spaß. Schwächeanfall bekommt hier keiner, denn ein Elektromotor hilft dafür mit, dass alle gut bei Laune bleiben. Und das sind sie auch. Einmal über die wunderschöne Wegstrecken mit dem E-Bike und über die Leichtigkeit, die gefahren werden kann. Wir sind natürlich auch bei den Windrädern vorbeigefahren, damit die Interessenten Jurene, Gerlinde, Paul und Ralf wissen, wo der Strom herkommt für ihre zukünftigen E-Bikes. Doch die Gruppe will fahren. Irene, Gerlinde, Paul und Ralf sind begeistert von den E-Bikes von Norbert Wagner. Und sie sind sich sicher, sie werden sich für ein E-Bike von Norbert Wagner in Elm in seinem E-Bike-Shop bei Schlüchtern entscheiden. Und sie kommen wieder und gehen sicher mit einem neuen E-Bike. Untertitelung des ZDF für funk, 2017